Da hat sie mir gesagt, ich will ja sterben, aber ich kann es nicht. Und ich habe gesagt, Oma, das Sterben hat nichts mit dem Wollen zu tun, das Sterben hat mit Loslassen zu tun. Und da hat sie mich angeschaut und gesagt, ja, aber das habe ich ja nie gemacht. Meine Großmutter war Kriegsgeneration, Alleinerzieherin von zwei Töchtern. Also da gab es Loslassen nicht, durchbeißen, immer weiter, immer weiter. Das musste sie ihr Leben lang machen. Ich habe mir dann gesagt, ich zeige dir was, wie es geht. Und ich habe gesagt, jetzt machst du eine Faust und dann machst du es auf. Und das ist Loslassen. Also wenn du die Faust machst, dann machst du auf. Und sie hat das, ein paar Tage später ist gestorben, sie hat das während dieser Tage die ganze Zeit gemacht.